Ornstein das ist dieser Kleine und dann besiegst du den Fetten was mich grad wundert Ritter ist zu leer wo ist der? ja der kommt gleich wen soll ich wie angreifen Digga? als dem Kleinen und du musst aufpassen weil der macht dem nicht schnell und er hat Range pass auf aber der fette alter ich mach 455 Schaden 455 und wie viel zieht das? ja mehr als den ganzen Balken oh ich werd sterben oh nein oh 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 durch Panik ne ich weiß nicht was ich machen soll ne? du hast das durchgenommen ach dieser Ornstein oh ich lass hier auch zu schreiben ach ja und wenn der Fette angreift also wenn er seine Keule auf dem Boden legt und hinter dir herrennt dann roll in die Richtung in die er rennt also renn nach hinten ok also roll am besten da hinten weil er hört ziemlich schnell auf mit dem Schiebe an hey ich hab doch ich werde sterben denke ich mal ja rizzeleer kommt auch nicht ne er denkt sich auch YOLO ist aber eigentlich schon tot von diesen riesenrittern oder was weiß ich nicht aber ich krieg nicht so viel schaden von Ornsteins Schlag da mit seinem scheiß Speer ja boah soll ich mal einen Stuntzauber probieren ob das hilft probier nein dauert nicht von der Dauer geht das ja dann probier mal ja ich muss noch immer was erst das Schlag und saufen alter ich bin echt tot boah alter ich brenne hier und ich brauche Menschlichkeit gut das wirkt keiner keineswegs auf Bosse hat es voll gemacht nein also ich also null es passiert gar nichts bei Bossen das ist ja toll das ist scheiße ja finde ich auch gerade das ist ein bisschen kacke ey mein Bosse kann auf dich casten du aber nicht auf sie was ist denn das also schon probiert den Wolf zu legen nein wenn du da durch gehst dann würde ich aufpassen weil da sind viele Menschen wie ich töte Boah Ornstein mach ich mach ich zwei Balken Ornstein mit einem Schlag zwei Balken das ist voll heftig das ist heftig also ja zwei Balken und mehr also sollen wir noch ein Stück mehr zwei Balken und ein kleiner Strich mit dem steingroßen Schwert ey alter nice ich kann was du gelabelt hast da würde ich jetzt sagen ja komm lass mal probieren ob ich dich rufen kann ja stimmt oder du mich keine Ahnung oha ich mach zuerst Ornstein platt ne weil den kann ich leichter angreifen passt dann aber auf weil der Smooth Blitzschaden macht ok ja ich bin ziemlich blitzresistent mit Harvids Rüstung das ist ganz geil ja das läuft aber trotzdem muss er aufpassen wenn er ähm wenn er so hoch springt dann roll weg von ihm weil der macht massig Blitzschaden auf der Sack ok ja also klar mein blitzresistent wird nicht viel dagegen ausrichten können das dachte ich mir schon es wär so geil wenn wenn der wenn Smooth äh Ornstein Schaden machen könnte ne das wär voll geil ja aber in in Dark Souls 2 wird's doch können da hast du schon mal ein Boss gesehen der äh hast du schon mal äh die Boss du dort gesehen? mh ne jetzt grad nicht es sind einfach mal drei Bosse gleichzeitig ganz ruhig lass mich erst uns erst das Flacon trinken bitte Mensch ja wobei wenn du sagst der äh Smooth ist dann übelst mit Blitzschaden ey dann würde ich auch zuerst ja Smooth fliegen sonst ja aber dann krieg ich was nicht? weißt du was was ich hatte grad nicht verstanden dann ist doch kein Wiesig ach so dann ist doch kein Wiesig ja ja jetzt greib spack grad LCS meine ich leckt grad minimal ok es ist Flacon ist leer jetzt muss ich mir Mühe geben oh wie ich kein Lament ich kann 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 ja das so nein nice ich hab grad Smooth drei drei Balken abgezogen was jetzt echt? ja oder es sah so aus es war auf jeden Fall mega viel aber ich glaub ich überleb nicht ne also hast du Ortstein jetzt getötet? nein ich hab jetzt beide mehr als die Hälfte weg ja passt aber auch vielleicht kannst du sogar noch schaffen aber ich würd mich trotzdem lieber mal auf einen konzentrieren ja hast du recht weil da das bringt nichts wenn du die zwei gleichzeitig runter haust das bringt nichts nein 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 das Problem ist aber ich weiß halt nicht weil beide gehen mir irgendwie übelst auf den Sack wie sieh doch mal Ornstein an äh Smooth meine ich man ey äh der hat danach wieder volles Leben ne ja das dachte ich mir das dachte ich mir dachte ich mir hab ich Menschlichkeit wahrscheinlich nicht yay ja ich überleb das nicht glaube ich ne ich glaub das war's ach kacke ja komm ich geb mir Mühe ich geb mir Mühe ich geb mir Mühe boah der Kampf dauert hier zwei Parts wetten hohohohoh das wär hart und ich bin hier grad am bluten blut 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 wie sieh doch rüber wie sieh rüber wie sieh rüber scheiße fuck neiiiihihi wie viel brauche ich für so einen Entfluchungsstein was krieg ich denn von Ornstein wenn ich den töte also wenn ich den zuletzt töte ja deine Rü- so okay ist die gut lohnt sich die man weiß es nicht ja ha 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 konfusierend ab die monster ey ey wenn ich von den Silberritern schon nicht so viel Schaden krieg ey das ist dann kacke zack gut tropfst du was nein ach schade hauptsache ich tropf ne große Scherbe aber keine einzige Menschlichkeit was ist denn das ja ja Slashy ich kann grad nicht antworten was schreibst du denn überhaupt für Sachen schon wieder Kollege warte mal bei dem bei dem bei dem ähm wo kann ich jetzt so einen komischen Entfluchungsstein kaufen ich bin ehrlich ich hab keine Ahnung achso achso doch ähm beim Priester weißt du für 3000 Glockengargolturm ja ok für 3000 warum dann hab ich da wieder hochlatschen bist du verflucht oder wat ja ich wurde verflucht oh das ist schlecht dann ist man ja instant tot alter was soll denn das instant tot keine Ahnung ja klar ja also wenn du einmal also wenn du verflucht wirst grad da also ja wenn der Balken voll ist bist du tot das war's dann äh ne war's das Och alter willst du mich nicht verarschen ja Rob doch mal Menschlichkeit ich hab keinen Bock auf diese Scheiße Hauptsache ich ruf wird das zu leer und dann sowas ey ja ich glaub sonst hättste einen jetzt tot und wär's schon beim zweiten alter zweieinhalb Balken mit einem schweren Schlag bei Ornstein oder smooth oder smooth ja ok ja oder smooth mach ich sogar noch mehr Schaden ne quatsch Ornstein mach ich mehr Schaden ja ich dachte zuerst Ornstein wie du mir das schon empfohlen hast boah doch mal auf zu schlagen ihr behinderten Drecksviechern du bist du wenigstens Menschlichkeit was ich hattest du da was hast du denn hast du alle gegen dein verkacktes Spiel hab ich grad nicht getroffen weißt du Schlangen Schlangenregen ist an aber ich trau keine einzige Menschlichkeit Deine Verkackte, Alter. Komm, du Pissratte. Ah, fuck. Boah, wie viel? Man kann diese kleine Ratte gar nicht legen, gell? Kann man auch nicht. Keine Ahnung, da nicht zu sein. Irgendwie spackt der S schon wieder ab. Echt? Ah. Oder mein Internet, ne? Ah, fuck. Ich glaube nicht, dass es dein Internet ist. Ja, ich versuche es. Nein! Wo ist Ornstein? Ich sehe nicht! Oh Gott, das war knapp. Ob doch mal keine Menschlichkeit, ihr behinderten Viecher. Na, komm. Daneben. Fuck. Okay, ich habe Smooth vielleicht tot. Komm, Smooth. Rein, hit. Nice, Smooth ist down. Also, hast du Ornstein jetzt am Leben gelassen? Ornstein lebt jetzt, ja. Höflich groß. Zwischensequenz, okay. Gib mir doch eine Menschlichkeit, Alter. Und ich brauche jetzt einfach mal schon wieder drei... Oh, jem, 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 jem. Ja, Ornstein ist ziemlich groß geworden. Aber es sieht doch episch aus, ne? Baxe, Baxe. Oh. So, komm. Okay. Hey, das ist epischer Blitzschaden auf jeden Fall. Krasser Blitzschaden. Oh, nice. Ich mache Damage. Was ist das denn? Was ist das denn? Was macht er? Er hat mich aufgesp... Boah, der Angriff ist episch. Und richtig fies. Ohne Scheiße, die Lederröpfung spielt aber richtig heftig. Ah, ich glaube, ich verliere jetzt, ne? Keine einzige Möglichkeit hat mir die Drecksviecher gegeben. Okay. Na, man kann diesem Angriff nicht entkommen. Das ist scheiße. Welchen? Ja, wenn Ornstein, wenn er groß ist, dann, ja, mich aufspießt und dann... Boah. Mhm. Kacke. Kacke jetzt. Achtung, fahr die oben. Gül. Boah. Ich hab ein erstes Lockrun bekommen. Ich hab grad... Ich hab ein erstes Lockrun bekommen. Woher? Anscheinend wirst du doch... ...jetzt schneller durch sein als ich. Ist doch... Ich hab ein Scheiß-Hunde... du da... Ich hab ein erstes Lockrun Companies... ... als ich das mache...